Schön, dass du da bist. Bezeichne dich schlau. Heute unternehmen wir eine Fantasiereise ans Meer. Wir gönnen uns eine kleine Auszeit. Sei dabei! Leg dich ganz bequem mit deiner Kuscheldecke auf dein Bett, auf das Sofa oder eine Unterlage. Deine Arme und Beine sind locker und entspannt. Liegst du richtig gemütlich? Mach es dir ganz bequem. Wenn du soweit bist, schließe deine Augen. Atme einmal ganz tief ein und aus. Und noch einmal tief ein und wieder aus. Genieße dieses schöne Gefühl. Deine Füße und Beine werden ganz warm und angenehm schwer. Mit jedem Ausatmen werden sie noch ein klein wenig schwerer. Vielleicht kannst du ein kleines Kribbeln in den Füßen spüren. Deine Hände und Arme werden auch angenehmer und schwerer. Dein Gesicht ist entspannt. Dein Mund, deine Nase, deine Augen, deine Stirn, dein ganzer Körper ist ruhig und entspannt. Genieße dieses Gefühl. Nun stell dir vor, du liegst am Meer. Deine Hände, deine Füße spüren den Sand. Du fühlst dich wohl und ein angenehmes Gefühl durchzieht deinen Körper. Du spürst, wie ein leichtes Lüftchen deine Haare bewegen lässt. Es kommt ein Wind auf. Die Wellen werden unruhiger. Doch davon lässt du dich nicht beirren. Im Gegenteil, du genießt die warme Luft, die über dich gleitet. Und du würdest mit niemandem auf dieser Welt diesen Platz tauschen wollen. Die Wellen werden stärker. Und das Rauschen kommt näher und näher. Sanft berührt das Wasser deine Zehenspitzen. Es möchte dich begrüßen. Der salzige Geruch des Meeres ist herrlich. Du atmest tief ein und langsam wieder aus. Es könnte nichts schöner sein als dein Platz am Meer. Allmählich verblasst das Bild vom Meer vor deinen Augen. Du kommst mit deiner Aufmerksamkeit wieder in das Zimmer zurück. Balle einmal deine Hände richtig zur Faust und entspanne sie wieder. Strecke deine Füße, kreise sie einmal und entspanne sie wieder. Atme einmal ganz tief durch die Nase ein. Und aus. Du kannst dich jetzt strecken und recken. Und dabei einmal kräftig gähnen. Öffne langsam deine Augen. Du bist wieder angekommen. Nimm das gute Gefühl mit in den Tag. Und genieße ihn in vollen Zügen. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.